Oh, hi. Ah, was, Max? Grober wiederbeleben? Ja, es ist brutal gegangen und gegen die runtergefahren. Ah. Wow. Okay. Nein, okay. Aber jetzt. Ja, irgendwas wird jetzt passieren. Ja. Grober? Mann. Ja, das ist ja. Ah, da ist er. Okay, er ist hier. Okay, er ist hier teleportiert. Ja, da ist er. Er ist tot, wir haben gewonnen. Ja. 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 Gegenrufeifen? Kann ich mich nur tun. Wo? Oh, creo. Ich vermisse irgendwie gerade Musik oder so. Ich verbrügele Ratskid Ich verbrügele Ratskid Okay Ja Fucker Ist das so gewoll? Ich meine Oh warte, steht hier in der Ecke Ja Ich verbrügele nicht das ein bisschen Ah okay, jetzt sei er teleportiert Und dafür, I won't stand a chance Ah 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 Oh Man lebe nicht mehr lange Probe jetzt für ein guter Punkt von Halt Was? Ja, dann gib dir kein Halt euch, du so einen Ton kriegst Ah Ja Äh Ja Wenn er, 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 wenn er den, wenn er, wenn er, wenn er ein Buch hat, ja sie Heil, im Melkis Ah Shit Ja Okay Bulli him Bulli him Bulli him mit his a bitch Ja ja ich komme Bulli this bitch Ah fuck Bulli him mit his a bitch Ah, shit... ... he does know how to do this... God damn it! Oh God, der ist mythen auf mich! What's the fucker, wie viel Leben noch der? Der ist der Headclan beim Tor und der schießt auf mich! What a shit?! Was ist ein Kleinkackfischen umgebracht? Was ist da die Kacke? Ja jetzt, jetzt haben wir dich in der Ecke, du Bitch. Ah, okay. Haben wir uns zu früh gefreut. Danke, Kuba. Was ist denn, man? Hau! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wo ist denn? Da, da hinten ist er. Wieso muss er... Muss er so sein? Er lebt uns eh nicht, also hey. Ich hab... Jetzt ist er weg. Hey! Da ist er! Hey! Ich hab... 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 Ach ja, stimmt. Ich hab ja diese Chance, einen Haltrang zu nehmen, ohne dass ich den verbrauche. Ich hab noch einen. Cool. Ey! Kleine Pfeine, du! Wo ist er? Komm her, du! Da ist was tot! Oh, mein Gott! Da ist er! Ich hab ihn! Da ist er! Er ist tot! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Keine Pfeine! Er ist einfach geplatzt. Oh, drei Minuten. Oh! Oh, Jesus! Okay, ja, haut doch ab! Let's get the fuck out of here! Hau doch ab! Das ist so ein Spucker! Scheiß auf Pester! Scheiß auf alles! Okay! Er fliegt mich raus in die Luft! Wenn du jetzt stirbst, der Pessifist ran vorbei! Scheiße! Also wenn ich Pessifist ran, da... Alle, da musst du mal hin! Da! Ich hab auch gedacht! Warte mal, müssen wir... Nee, links... Da! Folgt mir! Ja! 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 Die hier ist nicht mehr T1! He! Von dir denn! Das kann man schon mal das Ganze sein! Da irgendwo er treffiert ist, was? da ist es nicht die epische Chormusik wenn du da jetzt noch ein paar fette Drums hinterlegen würdest hättest du ein JBB-Beat das ist ein JBB-Beat Digger, Alter, ich will, dass Tymatic da drauf rappt, Alter der macht da bestimmt voll den fette Traum oh, schau, das sieht gut aus dem Leben ja, sieht schön nice aus ich kann hier vor Safepoint mal ganz in Ruhe angucken even a witch has a uses did you hear me, witch? I'm Victor Salzspucker ja, man, Curryburger ja, man ist das ein neuer McDonalds-Burger? nein, das ist ein Meika-Mürstchen okay oh, alles geht kaputt ha, hab doch mal ein paar Teile oh, jetzt haben wir sie jetzt fast kosten was ich gesagt habe entkomme okay, wenn ihr Elven das sagt nur hinterher natürlich wir zerföhren das Leder hoch hier bricht alles zusammen oh, ey ey, guck mal, die Stadt kommt runter ey, wie kombiniert, Mann fahrt ey, guck mal was, was da ist das Ding man kann sich nicht mal runter stürzen man kann sich nicht mal mehr runter stürzen was ist das? ey, ich sage, ich stürze mich hier runter verdammt ja, Mann okay, dann halt nicht ja schade schade schön abschließende Worte ja, sentence is death fast ich mal ja, er gibt mir den Levelaufstieg eine Anerkennungsruhe sieben Beuterwürfel bist du das Wahnsinns okay komm schon gebt uns was anständiges oh, und komm schon, Ronald ach, komm schon, Ronald das bisschen was stimmt, der ist ja ganz Randall, der ist Randall safe des Generals, schade ich glaube, wir hatten noch nie das über dem safe des Generals, oder? doch, ich glaube mal ja, okay, nee vielleicht war das nur aus der Herausforderung nachkommt der Imperator Kiste, oder? kann gut sein Gruber hat die meisten im Fernkampf getötet interessant ja, Mann weil ich meine Patze nicht sind die praktisch nun kämpfen naja, Patze benutzt auch oft seinen Bogen, aber eben und ich benutze oft meinen Stab ja, aber du musst ja auch ich mache ja auch viele Hatsch ne, stimmt schon ich glaube, der Stab zählt bei dir als normale Nahkampfwaffe ne, ne, das ist meine das Schwert ist die Nahkampfwaffe oh, stimmt, du hast ja noch ein Schwert ich meine, das ist noch schüsselig abgeben wo meine Statistiken, ey meine Rüste nachschauen du warst beim Schluss beim Schluss alles, was ich gemacht habe ist warten, bis man mich umbringt wiederbelebt und dann einfach mal auf überhitzen und dann wieder explodieren und das zu mir auch wiederholen ey nice, ja das war echt nice das war sehr schön gucken, ob jetzt noch was in der Festung passiert oder noch eine Outro-Sequenz kommt oder so oder ob es jetzt auch noch fertig ist blöd, scheint es gewesen zu sehen haben wir noch Kisten gekriegt Raining cats and dogs, ey to go along with ratmen and northlanders, I suppose na, machen wir mal alter je strongbox true imperator hello so roh and safe imperator Was haben wir denn hier noch? Was hat er denn so? Killer Chaos Bomb bei der Party mit dem Scrapbite. Okay. Ist das noch gar nicht gemacht? Cool. Okay, das war's. Einschauen wir doch mal. Was wir haben. Fangen wir mal mit der Anerkennungsdrohre an. Okay. Noch mal. Ah, immer mal eine Bündelarmbrust. Aber sonst nichts besonderes. Nee. Okay. Safe des Generals. Okay. Gut. Aha. Und jetzt noch der Safe des Imperators. Wow. Oh. Okay, ich habe bei mir wirklich nichts Gutes drin gehabt. Doch, der Safe des Imperators. Und jetzt noch die Tronen. Das ist jetzt wieder... Okay. Ja. Kann ich jetzt eigentlich wechseln? Ich hatte... Ja. Na, Level 7. Ach. Mir fehlt irgendwie so ein Millimeter auf dem Balken auf Level 7. Also, ich kann auch nicht wechseln. Hm. Es sind ja nette Sachen dabei. Bei ein paar müsste ich wieder Trades wie Wound, was du sicher lässt. Ja, also viele Sachen sind auf jeden Fall schlechter als das, was ich ausgelistet habe. Oh, ich kann nicht... Hä? Was? Ich dachte, die reden jetzt über was Besonderes. Aber ich dachte tatsächlich, es gibt noch irgendwie eine Outro-Sequenz. Aber ne, scheint es nicht zu geben. Es ist jetzt einfach vorbei. Keine Credits oder so. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Okay. Gut. Dann, äh, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier in diesem Projekt wieder bei den Add-Ons. Und, ähm... What the fuck? Was ist das? Ist das Stab? Ist das ein bisschen Stab? Ist das ein bisschen Stab? Okay. Die Waffen für die Mageren sind interessant, muss ich sagen. Äh, ja. Genau. Sehen wir uns das nächste Mal bei den Add-Ons. Äh, zumindest bei den guten Add-Ons. Und, ähm... Ja. Dann würde ich sagen... Das war's mit der Haupt-Story. Und, äh... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boy. 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 Das war echt gut. Schau mal. Das ist...